Jessica Simpson, krass. So groß ist ihr Babybauch. Sängerin nimmt über 45 Kilo zu ein Drittel. Jessica Simpson nimmt ihr neues Gewicht mit Humor. Bei Instagram nimmt sich die Sängerin regelmäßig selbst auf die Schippe. Zwei Drittel schlank und krank, Jessica Simpson im Jahr 2014 bei einer Premiere. Wegen ihrer Gewichtsschwankungen erntet die Amerikanerin in ihrer Heimat viel Hohn und Sport. Doch sie steht dazu. Drei Drittel Jessica Simpson mit ihrer Tochter Maxwell. Das Mädchen freut sich auf ihre kleine Schwester Birdie. Ein Drittel Jessica Simpson nimmt ihr neues Gewicht mit Humor. Bei Instagram nimmt sich die Sängerin regelmäßig selbst auf die Schippe. Jessica Simpson, 38, hat ein neues Foto ihres riesigen Babybauchs veröffentlicht. Mit dem Schnappschuss sorgt sie für Spekulationen. Ist ihre Schwangerschaft nur Fake? Jessica Simpson hat über 45 Kilo zugenommen. Schwere Zeiten für Jessica Simpson. Die Sängerin steht kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes und hat in der Schwangerschaft ordentlich zugelegt. Bei Instagram teilte die 38-Jährigen nun ein Foto ihres XXL-Babybauchs und ihres prallen Dekolltees. Über 45 Kilo soll die Blondine bisher zugelegt haben. Schon in ihren anderen beiden Schwangerschaften nahm die Amerikanerin mehr zu, als die Durchschnittsfrau. Der Grund für ihre Gewichtszunahme ist aber nicht nur, dass sie zu viel gefuttert hat. Jessica Simpson leidet auch unter extremen Wassereinlagerungen, wie sie kürzlich demonstrierte. Dass die werdende Mama ihren Körper so zur Schau stellt, könnte aber auch einen guten Grund haben. Bereits nach der Geburt ihrer beiden anderen Kindern unterschrieb sie einen Vertrag mit einer Abnehmfirma. Die Fotos stellen also vermutlich den berühmten Vorher-Effekt dar. Ist ihr Babybauch gar nicht echt? Doch User sind skeptisch, was den neuesten Schnappschuss der Schwangeren angeht. Denn ein Detail irritiert viele Fans. Fragen sich einige ihrer Follower verwundert. Einige tippen deswegen sogar auf eine Fake-Schwangerschaft. Andere vermuten, dass Jessica Simpson sogar zwei Babys erwartet. Doch bisher ist nur bestätigt, dass sich die These Boots are Might for Walking Interpretin und ihr Mann Eric Johnson auf ein kleines Mädchen freuen, das den Namen Birdie tragen wird. Dass die Unternehmerin in einer perfekten Instagram-Welt so offen zu ihren Schwangerschaftspfunden steht, kommt bei vielen ihrer Follower gut an. Diese Artikel könnten dich auch interessieren. Jessica Simpson, ist sie fettsüchtig? Jessica Simpson, so süß enthüllt sie ihre Schwangerschaft. Jessica Simpson, so süß enthüllt sie ihre Schwangerschaft. Jessica Simpson, so süß enthüllt sie ihre Schwangerschaft. Jessica Simpson, ist es, auch Herausforderungen, elbows zu Goodbye色んな Farb mit der Karin Instagram-Kода. Die Haare des Tecnos, muss ich Trolia ver 對不對. Be pandemia波�en ne pas über die Dinge Phillip. Frauen auf eine freundliche Wahrscheinlichkeit für Sabre, die Jungen Karl-Karte. Jack Simpson, ist es wichtig. DasACH petrol wird sehr Felipe. .